Auf der A1 Raststelle Raststelle? Raststätte? Das schleifen wir später raus Wir sinds nochmal Wir suchen jetzt Jetzt kannst du mal sagen RIVX Live am Start Sucht jetzt einen Kiosk irgendwo In Neunkirchen oder in Pferden Ich denke wo wir hinwollen Wir wollen nach Koblenz Stimmt Ja Ein spontaner Trip nach Koblenz Ja genau 322 Kilometer Das ist bestimmt genauso feuer Was willst du denn trinken? Ja aber dann gehst du Burger Club rein Burger King Aber 5 Euro für den Energy Kann man mal machen Muss man aber nicht Ich komm nicht klein Flieg weg Alter Oh shish Ja fett bei Burger King gewesen Krone sitzt Läuft bei dir Junge Läuft bei dir Junge Läuft bei dir Junge Alles läuft Nur das Wetter pisst Läuft David Ja? Wenn nicht du wär ne? Ja Dann würde ich jetzt mit der Kamera rausgehen hier im Stau Und ein bisschen rumlaufen und rumfilmen Ein paar Leute im Auto filmen und so Alles klar Ja Autobahn Fetter Stau Voll kein Bock mehr Bisschen spazieren hier Da bin ich Ah was ein Stau Schlimm ne? Immer diese Staus hier Mann 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 ey Warte mal in die andere Richtung Hier ist was los Hier ist was los Hier ist was los Leider mal noch Was für Heftige Jungs Heftige Jungs Heftige Jungs Wir suchen uns jetzt irgendwelche Bitches Irgendwelche Weiber raus Wir machen ein freshes Video mit denen zusammen Ich bin voll der berühmte YouTuber Eigentlich er Aber Heute drehen wir mal den Spieß um Kommt der dazu Und dann machen wir den hier Den Nein wir machen das so Er gibt sich jetzt als berühmter YouTuber aus Ich Und dann geht der alleine zu irgendwelchen Leuten hin So und dann Sagt er so ein auf denen Dass sie auf YouTube mit drauf sind Und dann komm ich dann von hinten angelaufen Und dann sag ich so ey können wir ein Foto machen und so Und dann werden die jetzt noch so anstehen Und dann ähm Irgendwie natürlich dass wir irgendwo die YouTuber sind Und dann laufen wir einfach weiter und er bleibt da einfach stehen Alter und dann Hup Hup Genau So werden wir das machen So live on stage auf YouTube Ihr seid dabei was geht ab? Ihr dürft einmal grüßen Hallo Hallo Um was gehts denn hier? Kennt ihr mich überhaupt? Bist gar ich weiß Wer ich bin glaub ich ne? Hände ihr dabei? Guck mal hier Fresh in Köln heute das erste Mal Einen Daumen hoch Für die Facebookseite Müssten wir RIVX gucken auf YouTube Geht richtig ab Alter Das müsst ihr mir glauben Meine größten Fans Die kannst jetzt irgendwen grüßen wenn du willst Wir grüßen Nürnberg Weil wir grüßen aus Nürnberg Ihr kommt aus Nürnberg Ich bin YouTuber ne? Ja Könnt ihr mir ein Foto machen? Ja klar Kannst du mit aufs Video? Ey wer bist du denn? Ich heiß Keno Ja auf jeden Keno schöne Grüße von mir RIVX Warte warte lass mich hier Wir machen ein Selfie zusammen Wollt ihr mit drauf? Dann haben wir einen berühmten YouTuber drauf Komm Wir machen ein Selfie zusammen Ok danke dir ne? Jo Caponee meine Freut mich Alles klar Ist gut Ich zieh weiter Für so einen schönen Tag noch Das sind nur 15.000 Aber das kommt mit der Zeit Ne? Wir wollen das gleich mal mitfilmen Wir wollen das gleich mal mitfilmen Das Telefonat Live on Stage Ihr seid gerade auf YouTube? Hii Hallo Ihr könnt jetzt einmal alle jemanden grüßen wenn ihr wollt Was ist so viele Foto? Sieht nur 17.000 Ich grüße meinen Freund Der heißt Dieter Wer möchtest du grüßen? Sorry sie kann gerade nicht telefonieren Ja warum? Können wir ein Foto machen? Guck mal Wollt ihr mit drauf? Einmal Selfie Einmal Selfie Kommt Ach nein mein Foto Danke dir Alter Keine Ding ja Mach rein Machs gut Du kannst es raus schneiden wo ich gesagt habe dass ich dich nicht kenne Echt? Ja ist nicht schlimm So und hier haben wir auch schon die nächste Gruppe Hallo zusammen Ihr wollt jetzt schon immer mal auf YouTube Jetzt habt ihr die Chance dazu Ihr habt jetzt wirklich die Chance dazu einmal live auf YouTube zu sein Wollt ihr jemanden grüßen? Okay Oh you speak not German Doch Wir sind Okay Ja bitte Wir grüßen bitte Können wir kurz ein Foto machen? Ja klar Wollt ihr mit drauf das Foto? Was? Wollt ihr mit drauf? Ja Wen? Bist du Abonnent wenigstens? Ja klar Danke dir Jo kein Ding Bist übrigens auch mit dem Video ne? Ich hoffe das stelle dich nicht Bist mit dem Video Machs gut Genau jetzt könnt ihr jemanden grüßen Okay hallo wir grüßen unsere beste Freundin Vanessa Vanille Ja Familie Ja unsere Familien Und unsere spanischen Austauschschüler Vielen Willst du auch noch jemanden grüßen? Wo ist die Chance? Meine ganze Familie und meinen besten Kumpel Jonas Und ihr beiden? Ja wir sind Spanisch Oh ihr ist Spanisch Ehm Willst du ein paar Grünen treffen? Ja für alle Ja Okay Jo Bitte noch einen schönen Tag Ja auch so ne? So das war's so wieder heute von einer neuen Folge auf der Kölner Domplatte Wir sehen uns wieder Ja Das schon der dritte Part jetzt hier in Köln Am Kölner Dom Wir haben vielleicht auch gleich schon wieder die nächsten Gäste für unseren Kanal Hallo Hallo Ganz gerne stehen bleiben Schlechter sind wir nicht Ihr seid jetzt live auf YouTube Also es kommt später live auf YouTube Und ihr habt die Chance jemanden zu grüßen wenn ihr wollt Ihr müsst nicht das ist alles freiwillig Wollen wir Marvin grüßen? Ja genau Marvin und Maren Aus unserer Klasse Maren und Marvin Ja genau unsere ganze Klasse Die Klasse 9a vom Städtisch Maren und Henne Ja Ja Okay Kommt ihr gebürtig hier aus Köln? Äh ne aus Henne Das ist hier in der Nähe Okay Ich komme aus Niedersachsen Ist gerade die Stadt hier YouTuber mehr? Ja Können wir kurz ein Foto machen? Klar warum nicht? Wollt ihr mit drauf? Eine Chance Selfie Ah nur ein kleines ich muss gefeiert haben Ja Hier in der Kölner Domplatte Wir sind hier heute in Köln Das ist schon der dritte Part Können wir mal schauen Bisschen freshe Videos hier machen Vielleicht haben wir hier auch gleich schon die nächsten Gäste gefunden Hallo zusammen Ich grüße euch Moin Ja ja Jo zum 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 Nehmt sie drauf Du Dein Tö ¡Dö! Tö! Tö! Ja Vö Ja 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 Ganz stuhl, der Junge. So, wie kann man das jetzt erfahren mit diesem Lieblingssitz, dann kann man das jetzt einfach machen, wir spielen nämlich ein D-Spiel.